das wird jetzt nicht sicher nicht funktionieren doch es hat sogar funktioniert ich bin mir auch ziemlich sicher dass das nicht im sinne des erfinders war eine unterhose für die tür ach so man kommt eigentlich von hier kommt dann hierhin geht dann hier rüber sehe ich da hinten die unterhose oder bin ich jetzt total bescheuert ich glaube eher ersteres weil hier ist keine unterhose nein haben sind doch schon fast unten manchmal hier kommt der text und hier kommt wir kommen der unterhosentür näher das heißt eigentlich kommt wahrscheinlich von hier so kommt dann hier rein und ist dann hier erstmal fröhlich höhlich dass man keine unterhose hat und auch nicht weiß wo man eine herbekommen könnte hier oben ist aber auch kein hier so ein stein das ist eigentlich cheapen wenn ich mir jetzt hier das ding geht nicht wenn ich mich jetzt hier irgendwo wieder abschneide halt da wo ich sicher bin dass ich auch sicher lande so in etwa ja ok weiß ich jetzt nicht hier ist wieder eine unterhose aber hier ist ja keine unterhose ich muss denken wie ein unterhosen verstecker wo würde ich die unterhose verstecken ich weiß nicht wo die unterhose ist ich weiß nicht wo die unterhose ist ich weiß jetzt einfach mal das geht nicht ich weiß es nicht weil hier oben ist ja keine unterhose und das ding hat auch keine irgendwie verdeckt oder hat es kann ich vielleicht da so das ding mal ein bisschen da weg bewegen das hilft mir aber nichts weil ich nicht weiß wo die zweite unterhose ist ich weiß dass hier eine unterhose gut wäre aber ich weiß nicht wo wir die bekommen sollen ja das buggy ding das regt auch langsam auf ich weiß nicht wo wir eine her bekommen sollen ich sehe hier auch keine weg 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 ja das ist gerade ein steinflöp diese nicht einfach die hier kommen wir machen uns das ein bisschen einfacher leute leck nicht so nehmen wir uns die einfach her ziehen und das dann wirklich auch 100 prozent sicher ist gott sei dank ich habe schon gedacht wir finden die nicht mehr schön einfügen die brüssel mit mir ja nice und da zerstört sich das ding noch weiter und auch wenn tatat tat 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 da dann auf rettungsmission darunter da hat er hatte der autor dat gratter dr das rettung und wir haben eine große umgekehrte unterhose mit riesigen augen gefunden ist das für ein ort für mich aus wie ein opfer alter opfer alter um was zu opfern frag lieber nicht zerschneiden oder irgendwas der laser ist zu schwach denn das hier ein parkour und das hier okay okay ich hier mal so ein bisschen ich bin gerade leicht geflasht was das hier darstellen soll einfach nur nicht am parkour ach die fallen runter wenn man darüber kam okay dann machen wir mal auch schnell hier hoch zu kommen nein sorry dass ich hier gerade nicht so viel rede aber das ist wieder so wie bei augenstein eine stelle wo man sich lol lag man sich nur leicht konzentrieren muss wodurch das eigentlich keine ausrede ist und da ich auch nicht mal zu viel zeit habe denke ich mal dass wir danach eine kurze aufnahmepause machen auch wenn das ganze wahrscheinlich nicht mehr allzu lang ist das spiel denke ich mir jetzt einfach mal so da ich mir eigentlich nicht vorstellen kann dass nach diesem tempel noch groß war's na verdammt dass nach dem tempel noch groß was kommt und ich möchte das schaffen was auch immer ist da unten gibt ich möchte es haben ich mag übrigens die musik die ist so schöne alte erinnert einen an alte zeiten sondern die alte mucke die es damals in den spielen gab mal abgesehen davon dass ich hier gerade total nube aber das schaffe ich das schaffe ich weil ich bin so ein oberpro hier noch eine rakete nein die zeit wird gegen ende echt knapp aber da unten da wo die rocket sind müssen scheint aber auch der einzige dort mit rockets zu sein und danach scheint eigentlich schon ende zu sein ist es 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 Vielen Dank.